So, da sind wir wieder. In diesem wunderbaren, wunderbaren Wald. Oh, da... Mein Handy werfe ich gleich dort vorne aufs Bett. Das ist hier nicht mehr normal. Ich meine... Lass mich! Ich habe Wichtiges zu tun. Nämlich sterben in einem Regenwald. So, wo ist hier noch was? Der Baumstamm sieht verdächtig aus. Okay. Der Baumstamm ist total unverdächtig. Ein Mankey! Übrigens, ich habe gemerkt, das Pokémon von unserem Vater ist die Weiterentwicklung von Razav. Das finde ich krass. Finde ich sogar sehr krass. Hier gibt es eine Weiterentwicklung für Razav. Und das Handy vibriert. Hört auf zu schreiben. Bitte! Okay. Hier ist sonst... Ähm... Nix. Gar nix. Hier ist ein harter Stein. Also, ja. Der ist hart im Leben. Ahaha! Ahaha! So. Ich würde mal sagen, ich klopse noch mal den Fischer oben. Aber das Erste, was ich hier jetzt tue, ist den Bag aktivieren. Und in diesem Bag nehme ich dann die gerade... Ein Hearthstone, okay. Jungle's Crown. Ja, was kann die eigentlich? Nice and to be held by a Pokémon. It belongs to the King of Jungle. Boosts Fighting. Karmelvertracken, okay. Bullshit. Übrigens, wenn man mit diesen Steinen sie verschiebt, passiert das. Oh, oh, Weltkrieg. Noch hier zurückschlagen. Krieg! Krieg! Ressaschkrieg! Ich liebe es. Ich liebe diese Steine. Ach komm, ich geh jetzt halt voll mutig. Ein Schwampf im Bock. Pokémon blockiert den Weg. Besser mache ich sie nicht, äh, angry. Angry. We do not remember. Angry. Hi. Ich muss zum Fischer. So, du Klappüster-mäßige Missgeburt da vorne. Ich zeig dir jetzt mal, was ein gutes Pokémon ist. Ich fange mit Sorgenkind an. Mach dich noch fertig, Junge. Fertig, mach ich dich. Fertig! Da, 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 da. Der Dick möchte kämpfen. So. Das überlebst du? Das weiß ich. Natürlich! Aber einen Attacke überlebst du noch, weil ich dir vertraue. Und mein Handy vibriert. Ja, ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier folgendes. Nämlich, ich werde jetzt hier, äh, stumm schalten für... Eine Woche. Okay. Gut. Und Ruhe ist. Und es hat überlebt. Ich werfe einen Pokémon nach dem Pokémon. Und ich auch schon einen Tapchow haben will. Mach's jetzt einfach mal so. Sorgenkind, du hast jetzt nur eine einzige Chance. Wenn du die verkackst, dann haben wir beide verkackt. Also los! Gamma Ray! Jetzt wird's spannend. Okay. Ich habe gerade meinen Schippvertrag verschwendet. Du bist nutzlos! So. Muss einfach mal gesagt werden. Mann. Nein, es lebt... Oh Gott! Warum überlebst du das? So, helft's. Ich bin überrascht, dass Riguara die Attacke überlebt hat. So, jetzt kommt der scheiß Gehirnwisch. Sch-Shir Khan, los! Gut. Und Megadrain. So. Und Megadrain. Um alles wieder aufzufüllen. Ha, 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 ha. Fö, 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 fö. Du wirst niemals gegen meinen Schirkan gewinnen, du scheiß Gehirnwisch, du eklig. Das Ding, sich immer noch nicht entwickelt hat. Das ist echt gar keine... Entwecklung! Was denn jetzt? Wie. Du, 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 du. Ha, schön. Rihara wird noch vorgehalten. So, wunderbar. Hm, interessant. Hier sind einfach Wasserwege, wo ich nicht weiterkomme. Was ist hier noch? Ein Pfad, der weitergeht. Aber wenn es hier weitergeht, dann geht es auf der anderen Seite in der Höhle noch irgendwo in eine Sackgasse. Da muss ich jetzt zuerst hin. Was mache ich das auch? Vielleicht liegt da noch ein Item? Weiß man ja nicht. Tatsächlich. Silver Power. Also alles okay, Fahrzeug. Ja, gerne. So, jetzt sind wir nicht bei Kto The Roots. Und weiter geht's. Jo, was geht, Bambi? Ba, 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 da, 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 da. Raywell mit deinem Splend... Splendifor. Ja gut, der schönste Vogel ist es jetzt nicht, aber... Ja, es ist ein Vogel. Schön. Toll. Und er kann Sternschauer. Ganz bezaubernd. Immer noch so glasig. Nicht ganz. Aber fast. Und sein Speedfeld. Sauber. Lebewohl Splendiforor. Quetzural. Also das ist ein Vogeltrainer. Soviel steht ja auch mal fest. Ich nehme die Maxero raus. Mal sehen, was da kommt. Oh man, das ist die... Das ist die Weitentwicklung von Biomond, was ich gefangen habe. Sieht echt cool aus. Mann, ich... Pflanzenstart da. Hä? Mann. Schade. Okay, gut. Silverwind. Das muss ein Flug oder anderen Typ noch haben. Spieren wir mal die Hidden Power Flug. Das geht. Okay, alles klar. Akkobatik. Das ist ziemlich mächtig. Ach, komm, scheiß du da runter auf. Stop it. Na schön. Du bist dran. Na super, es ist natürlich deine Feuertacken geschwächt. Alter! Du verdammte Glaskanone! Okay, aber jetzt wird sicher Quiketecke rausreichen, hoffentlich. Oh Gott sei Dank. Ja, komm. Äh, Beck. Super Potion. Auf Ryoara. Und du. Fängt ja wieder toll an. So. Und der Schiakkan auch noch. Ah, Strecken. Oh, Feststrecken. Oh. Gut, hier oben ist nix. Ich glaube, da oben war ich auch schon mal vorher. Hier ist diesmal gar nichts. Letztes Mal war hier die Krone. Hi. Sie kommt aus Parfüm. Ja, sie kommt aus Parfüm. So. Du bist sowas von tot. Sowas von tot. Sludge. Wenn du im Falle Pokémon bist, bist du sowas von tot. Ja, du bist sowas von tot. So. Wish me Scott. Wish me Scott, please. Wish me Scott. Wimsy-Cott ist da nicht der Name. Tut mir leid, ich hab's Wish me Scott genannt. So. Und lebe wohl. Ba-ba-da. Ba-da. So. Du bist dran, Shiakan. Das ist das erste Mal, dass Shiakan wirklich nach vorne tun muss. Glaube ich. So. Und wieder in die Höhle rein. Ah, wie diese scheiß Ameisenhöhle. Smart. Shiakan. So, es ist back uh... to den Ripple. Checked Ripple. Ah, okay. Okay, wo bin ich jetzt? Kuboperis. Wieder mal mehrere Wege. Ich geh jetzt mal da unten lang. Hier ist nur Gras und Wasser. Okay. Amatreetown. So, hi. So. Okay. Das klingt schon mal ganz gut. Hi. Okay. Also der hat es gerade erzählt, dass dieser Tunnelglaub von diesen Namois gebaut wurde und es eine Königin der dreien sogar noch gibt. Also der hat es gerade erzählt, dass dieser Tunnelglaub von diesen Namois getrunken wird. Und der hat es gerade erzählt, dass dieser Tunnelglaub von diesen Namois getrunken wird. Also, es gibt auch einen Teil in diesem Wald, in dem Schutz sogar nicht mehr wirkt, weil die Pokémon dazu wild sind. So, ob ich das richtig verstanden habe. Ah, die Dame. Wow, you found this place. Good job. Und du so? Ticketances, no, they're very lovely. Isn't here, in fact, eh? The train. Waren't you? Fire-Pokémon-Trainer, so he most likely went into the deeper levels of the Antel to train. Consider the part of your badge fetching. A press of this box spray works better than any replicant. Ah! Ah, zum die, äh, Ameisen wegzutun. Danke dir. Aber ich kann den trotzdem halten. Gut. Da bin ich froh! Ich hab grad das Mädchen nach unten befördert, weil ich so schnell gelaufen bin. Oh, Top 10! Sehr schön. Und die Musik hat aufgehört. Oh, hat die Musik aufgehört. Und die Musik ist weg. Ah, die drei, äh, Ameisen. Flagger. Jimmy Carl! Ich hab zu wenig Bären, verdammt! Das ist das einzige Bokémon, was ich jetzt noch nehmen würde. Die Musik ist weg. Wir können überhaupt die Fackeln brennen, wenn hier die ganze der Regnen ist. Na schön, so wie es aussieht, muss ich nun den Arena-Leiter zurückholen. Also tue ich das mal. Okay. Wo lauf ich hin? Nein, ich weiß es doch selber nicht. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Oh, dich hab ich vergessen. So, nimm Flora. Nimm die Flora! Nimm sie! Tut mir leid. So. Und struggle, 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 struggle back. ordiendurch, durian, also, eine We 제�ze. Harry leckt. Ah, ich weiß, wie es das ist. Ähm. Ähm ähm, ähm 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 ähm... 0. das war etwas viel schaden mein freund etwas viel schaden und das ist das falsche pokémon sopa 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 das habe ich ja ganz toll hinbekommen seufz shirkan ja mach du nur gut und wir geben die jetzt mit der leistin heißt super ein führer auch noch aber das sollte wie ich das tot bekomme wenn es sich der 29 ist gut das geht hätten power sauber in power sauber und bonari wer hätte das jetzt gedacht wenn power ja das hält ein bisschen mehr aus so ja gut ähm... Shere Khan! Bring it to end. Im Regen. Wieder hat sie was gegen Mowgli! So. Also heute komme ich wirklich nicht schlau zum Aufnehmen. Ich glaube, ich höre mal nahe mal auf und sorge hier dafür, dass die Leute hier alle Ruhe geben und ja. So halt. Unimpf. Alter, wie viele Pokémon hast du, Junge? Bist doch voll nervig. So. Aber jetzt bist du tot. Lebe wohl und nimm Frieden. Sehr schön. Ja, sofort! Ja! Gib es mir! Weg damit. Ich habe Laubklinge gelernt. So geil! Aber Leute... Ähm... Das geht im nächsten Part. Ich bin dauerhaft. Ja! Und da ist das- Ich bin dauerhaft. Ich bin dauerhaft.